Was geht ab, Freunde? Willkommen zu einem neuen Horror-Game. Heute spielen wir Missing Hiker. Das soll genauso sein wie das Spiel, was wir gespielt haben, wo man uns im Spiel hört. Das hieß Fears of Fathom. Und ich bin gespannt. Wir lassen das Licht heute an. Warum? Gerade 24 Stunden streamen. Wir haben 7.50 Uhr, während wir das Spiel spielen. Und ich möchte einfach nicht müde werden. Deswegen muss ich das Licht anlassen. Macht einfach bei euch das Licht aus, wenn ihr das Spiel spielt. Und holt euch ein bisschen Popcorn. December 11, 1994. Mein Bruder Ethan ist seit ungefähr 24 Stunden weggegangen. Okay, sein Bruder ist verschwunden. Er ging auf einen Hiking-Tripp nahe der Roten Mountain. Er sollte heute nach Hause kommen. Ich ging zur lokalen Polizei. Sie sagten, sie haben nicht die Ressourcen für eine Suche. Die Polizei hat keine Lust zu suchen. So kennen wir die Polizei. So habe ich entschieden, die Maßnahmen in meine eigenen Hand nehmen. Okay, wir suchen ihn. Was ist das für eine komische Grafik? Es ist Weihnachten. Ah, wir fahren selbst. Was, wenn wir jetzt hier gegen den Baum fahren? Es passiert nichts. Meine Mutter hat immer gesagt, schaut nie in den Mond, wenn Vollmond ist. Ich weiß nicht, warum sie mir das gesagt hat, aber... Das meinte sie ernst. Irgendwie, weil sie mir das gerade erzählt hat, habe ich immer mehr einen Drang, da rein zu schauen. Jetzt gut? Okay. Oh, da hinten sehe ich irgendwas schon. Da hinten sehe ich schon irgendwas. Oh, hallo. Sorry. Können wir auch rufen? Ich sollte parken an dieser Gasstation, um zu fragen, ob sie meinen Bruder gesehen haben. Okay. Mercedes. Hallo. Hast du meinen Bruder gesehen? Was willst du? Ich suche meinen Bruder. Er ging weg, während er in dieser Region hielt. Sorry, dass ich dich verständnis bin, aber das ist nicht mein Problem. Wie redest du mit mir, hä? Wir sind gerade nicht in deiner Scheiß... Der sagt Perl zu mir. Pusch-Boi. Also, du müsstest nicht nur random Menschen wie das. Bruder, mein Bruder ist verloren. Especially in dieser Region. Willst du mir sagen, ihr seid zu gefährlich in dieser Region? Was solltest du? Hey, schau, Mann. Ich arbeite ziemlich late. Ich möchte nur ein paar Snacks und Bier holen und nach Hause fahren. Ich bin nicht in der Lage, mit Leuten zu sprechen, die ich nicht weiß. Ich verstehe. Sorry, dass du dich beschäftigst. Und... Wie frey er ist. Morgen, Chef. Habt ihr meinen Bruder gesehen? Was kann ich für dich tun, Herr? Ich bin für mein Bruder. Er war über diese Region. Er sollte nach Hause kommen. Er hat ihn gesehen. Habt ihr ihn gesehen? Wie sieht dein Bruder? Er hat brown hair und ist ziemlich tall. Er hat auch ein greener Backpack. Let me think for a second. Hmm, yes, I think I saw your brother. Was? Er kam in hier und hat ein paar Dinge gekauft. Ein paar Wasser und ein paar Snacks. Du hast ihn versucht, zu finden. Habt ihr die Polizei schon gesagt? Ja, aber sie wollen nicht helfen. Sie sagten, sie haben nur zu starten, wenn eine Person ist mehr als 48 Stunden verloren. 84 Stunden. 48 Stunden. Warum gehen wir überhaupt in der Nacht? Ach, there is a road right behind the gas station loading to the mountain. Make sure to stay on it. There could be dangerous wildlife in that area. Thanks, I make sure to stay safe. Take care. Okay, der war voll nett. Hier, der Schwanz war aber ein kleiner Schwanz. Guck mal, wie er aussieht alleine schon. Nimm dein scheiß Bier und mach dich auf den Weg nach Hause, du. Drecks. Mensch. Ist das ein Auto? Okay. Oh, wir haben auch ein cooles Auto. Warte mal. Ich kann nicht einsteigen. Warte, soll ich hier lang? Nee. Ich fahr nicht weiter, ich geh hier lang. Ich will mit dem Auto weiterfahren. Oh, mein Gott, breh. Oh, mein Gott, breh. Okay, wir sollen auf dem Weg bleiben. Wir werden uns wenigstens was zu essen oder zu trinken und sein. Ich suche meinen Bruder. Gio? Gian? Wo bist du? Der ist safe am Äpfel essen. Wir nennen Gian bei uns auch Bave Seva. Weil er immer so viele Äpfel isst. Weil er immer so viele Äpfel isst. Also muss er bei einem Äpfelbaum sein. Gian? Oh. Da ist ein Licht. Sieht auch aus wie ein Zelt. Gian? mein brother's tent looks entirely different i should still take a closer look hallo oh mein okay oh what the fuck who are you you scared the shit out of me i scared you i almost had a heart attack myself what do you want i hope you're not some kind of pervert or creep i'm not i'm searching for my brother he was hiking in this area have you seen him no i haven't seen him wait you don't even know how he looks like look man i'm just some guy that likes to hike in the woods and sleep in a tent in freezing conditions i haven't seen anyone in days i understand you're planning to go deeper into the forest yes i'll search around the area i hope i can find my brother or at least traces of him look you'll probably think i'm a stoner or something but last night i had my tent a bit up north and i heard weird noises coming from the woods it sounds like a child was crying but i didn't see anything i it creeped me out maybe it was a cryptid crap what look man do you carry what do you mean i'm talking about a piece you know something for protection you mean a gun no i don't then you shouldn't be here in the first place it's way too dangerous to go deeper into the forest at night er will dass wir eine waffe dabei haben but i'm not going to stop you i just want to sleep now also one last thing don't creep up a tent in the woods at night ever again i almost would have shot you well i guess i'm glad you didn't digger er hat eine waffe dabei wo du was los mit ihm me too good luck with the search oh my gosh zeig mal deine waffe wo ist deine waffe laber ist ein bisschen zu viel du siehst nicht so aus als hättest du eine waffe bro du siehst nicht so aus als hättest du eine waffe dabei zeig zeig aha hab ich mir schon fast gedacht sehr hässlich wo war der weg der weg war der auf der anderen seite ich dachte schon ich hätte den weg verloren muss ich jetzt hier hoch ich glaube ich muss ich weiß nicht mehr in welche richtung ich muss ich hoffe ich gehe nicht zurück gerade ne das war auf der linken seite das heißt wir müssen hier lang ok ok es passiert nichts ja real talk chat games mit schlechter grafik sind manchmal echt viel schlimmer als games mit guter grafik ich habe in den vollmond geschaut nein das war keine gute idee es fühlt sich nicht gut an hier lang zu gehen ich fühle mich nicht wohl es wird wirklich kalt ich muss meine Tent auf der linken Seite auf der Straße hier ok meine Finger sind ziemlich knump es ist schwer zu bauen die Tent wir gehen jetzt selber zelten also ich weiß nicht ob das so clever ist oh nein es ist kalt aber ich schlauze schlauze ich höre auch ein kinder schrein hör dir das jetzt nicht mehr ich muss check es könnte mein Bruder schlauze schlauze nein 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 da ist ein Licht wo da hinten jo es könnte aber auch ein Wendigo sein das sind Monster die Menschenstimmen nach äh effen können um andere Menschen anzulocken wie Schreie oder Hilfeschreie und in der asiatischen Geschichte sind Wendigos früher Menschen gewesen die aber aber Kannibalismus begangen haben und damit äh Kräfte erlangt haben und sich somit auch von den menschlichen Wesen distanzieren körperlich weil sie einfach viel stärker werden auch nicht mehr menschlich kommunizieren können aber immer noch menschliche Stimme nachäffen können Wendigos oh nein das sieht mir nicht aus ist das ein Zaun da muss irgendwo ein Eingang sein von meinem Bruder der Backpack weird der Backpack ist komplett empty nothing in here das ist von meinem Bruder hallo gian 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 what the hell someone made pictures of my tent and my car bilder von meinem ich krieg gian gian bilder von meinem auto und meinem zelt mach mal die Tür zu hallo ich weiß dass du vor no way scheiße hier ist ein mörder ich sag da wird gleich irgendwer kommen wenn wir rausgehen wollen wir können hier echt nichts mitnehmen leider ok das ist gar nicht gut der Typ ist einfach rohes Fleisch ich komme nicht raus das ist der Typ das ist dieser eine Typ gewesen oh mein Gott your body was never found alter 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 mein Handy oh das ist echt nicht gut auf so wenig Schlaf das war echt nicht gut das war echt keine gute Idee mein Herz ey mir gehts echt nicht gut chat mit Das war's mit dem Video, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Ich reiß das nicht mehr, diese Horrorgames. Vor allem um die Uhrzeit, Bro. Das hat mich komplett aus dem Leben geholt gerade.